Der Passierschein, nee, wie hieß der? A38. A38, genau. Hier siehst du zwei Figuren, eine große und eine kleine. Achso. Beide bestehen aus kleinen Dreiecken. Ja. Ein einmaliges Eintauchen der Feder in die Tinte reicht aus, um vier kleine Dreiecke zu zeichnen, wie du auf der kleinen Abbildung siehst. Wie oft musst du die Feder eintauchen, um die große Figur zu zeichnen, die aus 36 Dreiecken besteht? Weißt du, wie ich es auf jeden Fall am einfachsten rechnen würde? Man könnte zum Beispiel ausrechnen, wie viel man eigentlich von diesen Kanten hat und könnte gucken, wie viele Kanten man hier zeichnen muss. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ein. Weil dann würdest du Sachen überzeichnen, die du schon bereits gemalt hast. Das ist, glaube ich, sogar mehr, als du eigentlich brauchst. Ich würde es mal auf eine andere Art und Weise versuchen. Das nochmal weg. Also, wenn wir einmal eintauchen, es wird ja nicht gesagt, dass man zwangsläufig so malen muss. Aber wir haben eine Kante. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun Kanten. Und dann sind es hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Neunzehn. Zwanzig. Neunundzwanzig. Neunundzwanzig. Und das Ganze wahrscheinlich mal drei, weil in jede Richtung das Gleiche nochmal geht. Das heißt, 21 mal drei sind 63. Geteilt durch neun sind sieben. Gut. Puh. Ich wusste nicht, dass das stimmt. Ich hatte nur gehofft, dass das so geht. Hä? Wieso soll er nur... Was wollte das Rätsel von mir? Äh. Du magst... Stimmt genau. Du magst zunächst versucht sein, die 36 Dreiecke durch vier zu teilen, aber ein näherer Blick zeigt, dass jede Vierergruppe eigentlich nur aus drei Dreiecken besteht. Weißt du, was mein Denkfehler war? Ich dachte, ich soll die ausmalen, nicht die Umrisse malen. Ja, achso, nee, du solltest Umrisse malen, ja. Deswegen habe ich gar nicht verstanden, was es da zu rechnen gibt, Groß. Ich muss die Rätsel genauer lesen. Ja. Sehr korrekt. Mhm. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind die Jorts alle ganz verrückter Rätsel. Ich schätze, es ist als äußerst nutzbringend für euch ein, so viele Rätsel wie möglich zu lösen. Und wo wir gerade dabei sind, rate ich euch bei Oma in Igber nebenan vorstellig zu werden. Sie ist eine wahre Fundkurve, was Rätsel betrifft. Allerdings ist sie nicht immer zu Hause. Seltsames Bauteil erhalten. Dreiecke und Tinte. Ja, und ich glaube, dann kann ja hier nichts mehr sein. Oh. Ich wollte mich dafür bitte entschuldigen. Aber da ist eine Katze. Katze! Ah, flauschig, mürrisch und mit Schleifhempfehl. Es besteht kein Zweifel, das ist Claudia. Ja, das muss sie sein. Gut erkannt, Luke. Nun stellt sich nur noch die Frage, wie wir sie am besten einfangen können. Und essen. Überlassen Sie das mir, Professor. Nur das Einfangen. Ach ja, richtig. Ich hatte ja völlig vergessen, wie gut du mit Tieren umgehen kannst. Nur zu, Luke. Hierher, Claudia. Braves Mädchen. Er oder sie? Er. Miau. Fauch. Mayo, das hättest du synchronisieren müssen. Aua. Ich meine Joey. Entschuldigung, ich habe das immer noch im Kopf. Den Kater von meiner Mitbewohnerin, meiner ehemaligen... Wofür steht das eigentlich? Also, macht man das in einem bestimmten Moment oder ist das einfach nur... Ja, ich zeig dir, woher das kommt. Ja, natürlich. Daher kommt es. Daher kommt das. Und ich muss dir aber auch sagen, dass... Ja, Unearthed ein wirklich sehr wunderschönes Spiel ist. Wenn man von den ganzen Bugs absieht und lachen kann drüber. Was? Jemand hat ein Video kommentiert. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Kann er nur. Ja, Frechheit. Luke, ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid, Professor. Ich war keine große Hilfe. Die ist noch kratzbürstiger, als ich dachte. Und ihre Katze auch. Ach, da ist ja jetzt dieser Typ. Ja. Die Katze habe ich gesehen. Ah, was für ein Monster. Wie? Ich soll beim Einfangen helfen. Nein, danke. Ich bin gerade bei mir. Ah, wie best bin ich bisher. Ja, dann bleibe ich lieber fern. Das kannst du doch nicht machen. Ich werde da doch auch müde. Könnten Sie uns zumindest sagen, in welche Richtung sie gelaufen ist? Ach, gut. Die Lief nach Westen. Sie hatte Zähne wie Messer. Ja, sie hatte Zähne wie Messer. Gut, weiter. Sie hatte Mähne wie Cessar. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wir sollten uns lieber noch nach einer Bleibe umgucken. Klingt gut, Professor. Ich glaube, am Dorfeingang südlich dieses Platzes eine Art Pension gesehen zu haben. Lass uns gleich dorthin gehen und uns eine Unterkunft für die Nacht beschaffen. So wie Emi damals. Ja, ein Rätsel von Schnurrbart. Hey, hey, na, wie läuft das? Lernt ihr euch in St. Möster zurechtzufinden? Ja, ja. Ja, ja. Hier kommt man nur dann weiter, wenn man Rätsel löst. Das machen wir Leute hier am liebsten. Wollt ihr mein Rätsel hören? Nö. Du bist nur rotiert. Findest du das eine, das anders ist? Ich finde das eine, das... Das ist das... Ich hasse das. Ich dachte erst, das ist die Ausrichtung der Karten, aber in Wirklichkeit ist es, wie die übereinander liegen, oder? Ja, und ich habe es auch schon. Ich würde es gerne auch noch schnell sehen wollen. Die Ausrichtung der Karten müsst ihr überall lassen. Ich hatte mal von dem da hin. Dann ist das da drüber. Ich glaube, dann muss es... D sein? Ja. Boah, ey. Fies. Ich hasse so. Das ist ja fies, ja. Boah, was ist das denn für ein Desktop-Hintergrund? Ein Hübscher. Ja. Der ändert sich bei ihm immer. Ich würde euch das ja gern zeigen, aber ich muss einfach darüber zeigen mit dem Daumen. Chö, chö. Oder mit dem Hals. Dem Rätsel habt ihr es gezeigt, was? Offenbar habe ich euch schon viel beigebracht, wenn ihr euch bei mir bedanken wollt, nur zu. Nun, man sieht sich. Karten drehen im Rätsel, Lex. Oh. Bop, 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 bop. Warum auch immer ich solche Geräusche dazu mache. Ja, ein Rätsel. Sehen Sie mal ein verstecktes Rätsel. Das gibt's doch nicht. Meine Liebe. Dieses Werk eines berühmten Künstlers wurde just vor kurzem entdeckt. Es handelt sich um ein Selbstporträt des Meisters aus seinen reiferen Jahren, das den Titel Meine Liebe trägt. Der weder für Egozentrik noch für Humor bekannte Künstler hat damit vermutlich nicht sich selbst gemeint. Da ist anzunehmen, dass er seine Liebe irgendwo in dem Bild versteckt hat. Kannst du seine Liebe finden? Ähm, bewegt Teile des Bildes, indem du sie antippst und ziehst. Ja, so in der Art, aber ich sage, das muss nach unten. Das ist es aber noch nicht. Ach, bitte, ich kann das ja drehen, ne? Wie ist es nicht, ich kann drehen? Ja, indem du die Knöpfe da wahrscheinlich drückst. Achso. Ah, jetzt verstehe ich. Also, aber ich würde trotzdem sagen, das gehört da hin. Nein, das ist schon richtig rum. Also, das hier ist nämlich, das ist der, 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 der Teil von der Frau da. Äh, warte, nein. Nein, das kommt da unten hin. Das ist schon, das ist so richtig, wirklich. Äh, bei dem anderen Zeug weiß ich es noch nicht. Jetzt hast du es ja doch so wieder umgedreht. So ist richtig, ja. Was ist jetzt, ist das wirklich genau das? Ja, muss wohl. Aber was ist... Ah, doch, so rum. Ah. So ist richtig. Ehrlich? Nee, das sieht auch nicht richtig aus. Ach, die hat hier hinten so ein Dings, hier ist die Haarfrisur, hier geht der Hut durch. Ja? Ja. Ich bin mir sicher. Oh, oh, stimmt, gut. Daran konnte ich mich jetzt noch erinnern, tatsächlich. Das ist sie also. Stimmt, genau. Diese Leute hat sie da gezeigt. Nur gebe ich zu, dass ich irgendwie der Meinung, wenn man sieht, irgendwie was anderes nicht. Aber mit den Brüsten hatte ich recht. Mit den Brüsten hattest du recht. Wenn es um Brüste geht, weiß ich Bescheid. Kinderspiel, los, lassen Sie uns noch ein paar Rätsel suchen. Bei der Frau da. Oh, eine Hinweis-Münze. Wie viele habe ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, zwei glaube ich, ja. Oh Gott. Oh, eine, noch eine Hinweis-Münze. Oh, hallo. Oh, willkommen beim Hotel, Bea. Der einzigen Pension in diesem Dorf. Der einzigen Person in diesem Dorf. Bea. Wir hatten hier in Seppmestier nämlich nicht so viele Besucher. Guten Tag, die Dame. Wir benötigen eine Unterbringung für die Nacht. Haben Sie noch Zimmer frei? Oh, das ist gerade sehr ungünstig. Zurzeit werden all unsere Gästezimmer renoviert. Und die einzigen freien Zimmer sind auf dem Dachboden. Aber ich kann es Ihnen da sehr gemütlich machen. So wie Amy damals. Ich hoffe, Sie bleiben etwas länger bei uns. Wir hatten schon lange keinen so feilen Besuch mehr. Die Zimmer sind nicht gerade groß, aber ich putze sie blitzblank. Auch die Zimmer. Können sie vielleicht später wiederkommen. Oh, und ich versuche auch so bald wie möglich, zwei unsere andere Zimmer bezugsfertig zu machen. Vielen Dank. Aber Sie müssen sich wegen uns keine Umstände machen. Doch, doch, doch. Ich will gute Zimmer. Wenn wir nur zwei warme Betten für die Nacht haben, sind wir bereits voll aufzufrieden. So, Sie ist gerade erwähnt. Sie müssen wissen, alle Betten sind gerade beim Tischler zum Lackieren. Aber keine Angst, Madame Beatrice kümmert sich gut um Ihre Gäste. Warte, warte, darf ich bitte noch eins sagen? So wie Amy damals. Ja. Ihr bekommt sogar einen Rabatt. Ich muss gerade was sagen. Und zwar, sie hat gesagt, wo hat sie gesagt, sind die Betten zum Lackieren? Weiß ich nicht mehr. Beim Tischler. Ja. Ja, aber ich meine, also ein Tischler, das suggeriert doch, dass es da Tische, um Tische geht. Weißt du, wenn du Betten lackieren willst, wo musst du die hinbringen? Zum Bettler, genau. Ja, ja, Pension, blablabla, noch ein Minispiel, da können... Koffer, Möbel, Möbel, Einrichtung, Einrichtung. Gegenstände, Gegenstände. Ja, habe ich etwas für euch, damit werdet ihr es da auch gleich viel gemütlicher haben. Mich. So wie Amy damals. Lackierter Hooker, ja gut. Hm. Wow. Und sie hat noch ein Rätsel für uns. Hallo, ihr Hüpfchen. Mir ist da ein kniffliges Rätsel eingefallen. Wollt ihr es hören? Wir müssen. Wir müssen ja. Abfall. Hier siehst du, so viele Streichholzrätsel gab's. Krass. Hier siehst du ein Stück Abfall und ein Kehrblech aus Streichholz. Dann kannst du zwei Streichholzer so bewegen, dass der Abfall auf dem Kehrblech liegt. Hm. Ja. Genau. Oho. Ja, nicht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020